Er ist ein Allrad-Biest. Der Schrecken jedes Supercar-Fahrers auf der Autobahn. Und das im Outfit eines Familienlasters. Wenn es um Power-Kombis geht, ist er das Maß der Dinge. Eisern verteidigt er seinen Titel als schnellster Serienkombi. Der Kompromiss zwischen Supersportler und Familienkutsche gelingt im RS6 perfekt. Der permanente Allradantrieb mit selbstsperrendem Mittendifferenzial schickt je nach Fahrsituation bis zu 70% der Kraft an die Vorder- oder bis zu 85% an die Hinterräder. Also ist von Vorstadt-Kombi bis Drift-Monster alles drin. Understatement wird beim RS6 großgeschrieben. Das Design unauffällig und zurückhaltend. Ausgestellte Rathäuser und große Lufteinlässe vorne sind Hinweise darauf, dass dieser Kombi 560 PS unter der Haube hat. Eingefleischte Motor-Enthusiasten erkennen, dass sie diesem Monster besser Platz machen sollten, wenn es im Rückspiegel auftaucht. Audi-typisch findet sich im Innenraum alles, was man von einem Premium-Kombi erwarten kann. Hochwertige Materialien, Carbon-Akzente, Sportsätze. Nach Wunsch gibt es eine Bang & Olufsen Surround-Sound-Anlage mit 15 Lautsprechern. Aber beim RS6 lohnt es sich auch einmal das Radio auszulassen und stattdessen dem hier zuzuhören. Hält man nur knapp vier Sekunden den Fuß auf das Gaspedal, steht die 100 auf dem Tacho. Und die Nadel klettert weiter bis auf maximale 305 Stundenkilometer, wenn der Kunde 14.000 Euro für das Dynamik-Paket Plus investiert hat. Die kommen zum Grundpreis von 107.900 Euro dazu. Ja, es ist übertrieben und es ist nicht zeitgemäß. Aber es ist ein fast erhabenes Gefühl, wenn einen 560 PS und 700 Newtonmeter nach vorne ziehen. In einem Kombi. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das Performance-Paket setzt dem Audi die Kirsche auf die Sahne. Der King of Kombi bekommt da seinen letzten Schliff. Mehr Power, mehr Zug, noch mehr Testosteron. Hier zum Vergleich. Oben der normale RS6 Avant, unten der RS6 Performance. Bei diesen Leistungswerten scheinen die angegebenen Verbrauchswerte von 9,6 Litern auf 100 Kilometer geradezu unerreichbar. Gut, die Tankrechnung interessiert den Besitzer wahrscheinlich recht wenig, wenn er schon mindestens 117.000 Euro für sein Auto ausgegeben hat. Auch in Sachen Unterhalt ist er eher mit Supersportwagen gleichzustellen, als mit Kombis. Der RS6 Performance ist ein Kravallo im Inkognito-Modus. Egal wo sein Besitzer wohnt, er ist auf der Autobahn zu Hause. Aber auch ein RS6 muss seinen Besitzer mal heimbringen. Mit seinem Cylinder-on-Demand können vier der acht Zylinder abgeschaltet werden. Und so wird sogar das böse Biest für kurze Zeit zum zahmen Vorstadtkombi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017